Wie geht es dir jetzt nach dem letzten Rennen in Reutlingen? Ja, also Reutlingen lief nicht ganz so gut für mich. Ich hatte leider noch einen Crash im letzten Rennen und habe mich da leicht verletzt im Fuß. Aber ja, wir haben gute Fortschritte gemacht, auch schon in der einen Woche jetzt. Und ich bin wieder zurück auf dem Bike und ich freue mich mega auf den 3. Oktober in Teutschenthal. Heimrennen. Ich werde alles geben, um weitere Punkte einzufahren. Warum bist du eigentlich, du hast ja deinen ersten WM-Punkt im Sand geholt. Aber Teutschenthal ist ja natürlich eine Hartbodenstrecke. Warum bist du im Sand so stark? Ja, wir haben im Winter viel Sand trainiert und ich mag Sand. Ich mag eigentlich beides. Aber momentan muss ich sagen, macht mir Sand ein bisschen mehr Spaß auch. Aber nichtsdestotrotz ist es heute schon eine mega Strecke und ich freue mich mega. Und ja, was sind deine Ziele? Hast du dir schon Ziele gesetzt? Ja, auf jeden Fall Spaß haben. Einfach das Feeling genießen vor den Fans zu fahren. Und auf jeden Fall weitere Punkte einzufahren. Das wäre natürlich gut. Ziele. Ziele.